Kampfrichter, Achtung! Zuschauer, Achtung! Betreuer, viel Glück! Und der Sieger kommt! Applaus Sie können gleich einem aus dem Regierungsbezirk gratulieren. Der Sieger trägt die Nummer 463 und heißt Arnold Fieck aus Führingen. Wir werden ihn da bei den Sieger und kennenlernen und ihm extra noch zum Aufstieg natürlich zu dem Hochte-Wennsteam. Der Verein, der heißt der Verein, der Verein. Jawohl, der Verein, der kommt aus der Regierungsbezirk, Schwaben, Führingen. da im Kreis, Kreis Neu-Ulm und sein Rothaus-Dekot sagt uns, er ist im Bundesliga-Team der Rothausbrauerei, also im südbayerischen Konkurrenzunternehmen, darf ich mal sagen, für Südbayerisch, also Entschuldigung, ein Südbayerisch, weiß man ja längst die Rothausbrauerei, also ein Schwarzbräu-Preis, Sieg, der C-Klasse, ein junger Fahrer, im Rothaus-Trikot, also, der Sieger, der eigentlich in Ulm wohnt, für Höringen startet, und Herr Leppold Schwarz, unser Sponsorfirma Schwarzbräu, und die Teresa, die Teresa, Ludwig, der Nachnamen, auch noch irgendwas, bei dem Steuern, dann gibt's noch die Schwarzbräu-Pritze, das kennen wir seit Jahren, dann, wir kommen zum zweiten, das zweite, das zweite kommt aus Niederbayern, Jan Hermann, der frühere A-Klasse-Fahrer, der sich wieder zurückgemeldet hat, aber, er hat auch den Klub gewinnt, und er startet neu für Passau, da ist wieder der Herr Leppold Schwarz, ja. Wir kommen zum Sieger, und wir kommen zu unserem Ehrengast dieses Tages, der Sieger, der C-Klasse, der neue Fichtsklasse-Fahrer, heißt Arnold Schwieg, vom SC Führingen, und er trägt das Bundesklasse-Fahrer, der sich rot ausnimmt, und der Herr Bezirks-Staaten-Präsident, der Reich, Jürgen Reichert, der ist unser Ehrengast, und hat jetzt die Schwiegerschleife überreicht, ein Traum, und das Ganze wird noch vom Herrn Landrat Steiler komplettiert. Herr Landrat, auf Ihrem Landkreis-Ausburg entstehen wunderbare Sportgeschichten. Sobald der Kleine, der Kleine, der Cheforganisator, war heute mit dem neuen Käppel, und lassen Sie mal dieses Unterwege, also wenn Sie durch die Sachen gefühlt, schwierig, positiv versträmmt, jetzt unser Bezirks-Staats-Präsident, die Leute, die man sonst nur von der Zeitung, von den Medien kennt, aber jetzt machen wir ein Gruppenfoto, wie es nicht alle Tage gibt, Herr Landrat angefangen, über den Bürgermeister Senat Ludwig Klein, Reichert, und Herr...